Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Parasite Eve 2. Was steht hier? Das ist also der Bunker, von dem Kai gesprochen hat. Hat er das? Kai? Also, ich weiß immer noch nicht, von wem die reden, aber das passt schon. Ja, Bunker ist ein gutes Stichwort. Dort sind wir jetzt schätzungsweise richtig angekommen und wir durften auch schon mal die erste Hipster-protzige Toiletten-Schüsse, Toiletten-Einrichtungen begutachten. Die fühlen sich richtig geil hier, ne? Was? Was kann ihre Toilette nur? Sie benutzen noch hundertprozentig Wasser. Also diese untere Bürgerklasse mit ihren Wasserspül-Toiletten. Also unsere Toilette frisst die Scheiße ja förmlich auf. Ja, so oder so ähnlich dachten sie sich's, als sie dies gebaut hatten. Wir wollen aber keine weitere Zeit verlieren und, äh, wie war das nochmal? Genau, wir müssen da links hin, weil die andere Tür ja irgendwie nur so ein Fake war. Geht eigentlich gar nicht. Von daher einmal rumgelaufen. Aber ist es jetzt die... Ja, oder? Mir kommt irgendwie so, als würde ich hier wieder Scheiße bauen, aber... Nee, komm, kann er nicht immer am laufenden Band Scheiße bauen. Ab und zu mach ich vielleicht doch mal was richtig. Also, das ist die Tür. Die führt uns, äh, wohin? Zum Kloppik-Mek-Klopp-Klopp. Stimmt, die Gegner... ...hatten wir ja ganz am Anfang. Was ist das da? Ich glaub, der spielt grad irgendwas an dem Rechner oder so. Was hab ich denn grad equipiert? Die normale Piste, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen die schicke, schicke... ...Gronore-Pistole oder Bober. Mach mal der Bober. Hab ich grad... Oh, die steht, hab ich grad 322 abgezogen oder sowas? Da ist aber noch was. Ich seh's wieder mal nicht. Aber es bewegt sich zu mir. Seht ihr das, wie er, wie er ja das wechselt? Ich weiß aber nicht. Wobei? Ah, nee! Das passt zum Geräusch, dass es wieder was Zielsuchendes ist. Okay, dann ballern wir das mal weg. Ich hab zwei Visiere. Ich glaub, das müsste passen, ja. Oh, Moment. Das schießt ja richtig zurück. Ja, sage mal... ...was geht denn mit dir ab? Was hab ich hier nochmal? Medizin? Ja, komm. Wir wollten ja mehr davon nehmen. Okay, das ist ein fetter. Aber egal. Ehe der bei mir ist. Oh, Junge, Junge. Okay, da hat's Flatsch gemacht. Perfekt. Noch einer? Irgendwas? Was sagt denn die Karte? Ach, shit. Das geht ja nicht. Ja, dafür wäre das GPS natürlich geil. Was ich mich ja immer weigere zu verwenden. Ja, wie gesagt, da könnte jetzt wieder eine Wand vor sein. Kann ich mal nach... Wie geht denn das? Geht nicht, oder? Geht nicht? Geht gar nicht? Okay. Okay. Ne, die da. Ich war halt nur nicht... Ja, ich kann nicht nach... Doch, doch. Sie lädt halt langsam nach. Aber kann man verstehen bei 100 Schuss. Ja, da hatte ich halt nicht die... ...entsprechende Reichweite. So, kann ich mich nochmal heilen direkt? Ne, Kampf schon vorbei. Ja. Ist okay, ist okay. Ja, 349. Vielleicht mal wieder reingucken hier. Ne, mir kommt es immer so vor, als würde ich das vernachlässigen. Aber das kannst du auch nicht alle... ...zwei Stunden machen, okay? Musst du um fünf Stunden warten. So, okay. Ähm... So. Pfff. Ja. Die Hälfte wird wahrscheinlich eh wieder verschlossen sein. Lass mal... ...da ganz hinten anfangen. Soll ich jetzt was nehmen? Ja, komm, heile dich mal ganz normal. Ist schon wichtig, halbwegs voll zu sein für den nächsten Kampf. Kann ja überrascht werden. Wobei, Wüstenskorpione werden wohl nicht hier aus dem Boden kommen. Das wäre ein bisschen komisch, tatsächlich. Aber ferner von dem. Ja, Desinfektionskammer. Ah, ne, es geht. Sie wollte mir nun mal vorher sagen, was das ist. Sie dachte, es hilft vielleicht bei der Orientierung. Ist sie nicht nett, meine Freundin? Guck mal, da haben wir eine Box. Das passt, weil ich ja eben so viel rausgeballert habe. Dann, dann untersuchen wir mal den Raum hier. Mhm. Desinfektionskammer, sagt sie. Ein großer Schrank. Bioschutzkleidung. Hm, Schutzkleidung. Ein Schrank, leider verschlossen. Kommst du denn da hier ran, Schrank? Ne, achso, das ist leider verschlossen. Ach komm, das werden wir doch später bestimmt nochmal brauchen, oder? Wenn wir so direkt durchs Gas laufen müssen. Aber ich meine, meine Weste hat ja Resistenzgift. Also von daher lässt sich nicht öffnen. Moment, also komm ich da gar nicht hin? Eine Kontrolltafel. Damit werden die Drucktüren gesteuert. Da blinkt etwas. Desinfektionsangehalten. Laborbereich abgesichert. Bitte eintreten. Scheint alles okay zu sein. Ja, dem Raum scheint es gut zu gehen. So, hier dasselbe. Aber man kann ja nie sicher genug sein. Alles abtippeln. So, okay. Ich würde gerne an die Box. Ist das okay für euch? Ich denke, das ist egal, in welchen Raum ich gehe, oder? Achso, ja klar. Ne, ne, es ist ja dumm. Da steht ja in und out. Oder was steht da? Ja, da steht out. Nur auf dem Kopf halt. Ich habe jetzt tatsächlich meinen Kopf gedreht. Zentral, beruf, Schutzkleidung tragen. Ich hoffe, die Anlage ist außer Betrieb. Sinnlos, sich jetzt Gedanken darüber zu machen. Ja. Ich hoffe mal, ich werde spontan nicht vergiftet. Ansonsten, ja, Pech gehabt. Wie? Das ist jetzt ein Insta-Death, Alter. Aber muss ich denn jetzt hier noch irgendwie was drücken? Die Sprechanlage ist mit dem Kontrollraum verbunden. Ne. Das ist nur, wenn man von da chatten will. Abfallstacht. Achtung, biologische Gefahr zu einer Stufe 3. Äh, das sagt die Dingsibumse nur, weil ich mich nicht desinfiziert habe, oder? Wie sagt man? Desinfiziert? Ihr wisst schon. Ich habe nichts an mir. Corona oder sowas. Scheiße sein könnte. Eine robuste Kiste, ja. Öffne einfach. Ach, ne. Im Moment. Wo kommt das jetzt eigentlich her? Aber gut. Danke dafür, würde ich sagen. Ich habe doch noch Granaten hier, oder? Ne, normale habe ich nicht gut. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Damit ich sie direkt verballern kann. Bugshot? Ja, das können wir doch, können wir doch eigentlich auch nehmen. Direkt aufgefüllt hier. Kannst du bitte, bitte sortieren? Ja, das geht von hier aus wieder nicht. Ja, ähm, das ist doch rein theoretisch praktisch, aber das brauche ich gerade nicht. Das ist immer so eine Sache. Ja, klar, es ist nett zu verstauen, Sachen verstauen zu können. Aber wenn du es dann nicht einsetzt, kannst du es auch vor Ort direkt rausballern. So, sortier mal. Zack. Ähm. Hat meine Waffe denn hier noch was? Ah, einfach Granaten nehmen. Ich glaube, ja, ich glaube, das war das, was ich vorher schon drin hatte. So, okay. Gut. Dann direkt mal späscheln. Ein Telefon, ob es extern verbunden ist. Mit MITF merkt. Die MITF merkt, wenn Anrufe abgehört werden. Ich rufe an. Was? Achso, ja, klar. Aha. Sie haben den Bunker gefunden. Hinter einem Stollen? Sie haben recht. Sieht verdächtig aus. Untersuchen Sie den Ort. Ja, ne? Also, wäre ja auch blöd, wenn ich jetzt sagen würde, uh, guck mal, meine neun Stunden sind vorbei. Äh, länger muss ich ja heute nicht arbeiten. So, okay. Wir könnten direkt weitergehen, aber, ja, ich weiß es nicht. Das wäre halt näher dran, ne? Ja, komm, lass mal machen. Lass mal machen. Lass mal machen. Gucke, was ich da gebe. Ob ich da gebe neue Bosse, du. Da gebe neue Zwischensequenzen. Oh, was denn jetzt? War es jetzt etwa ein Fehler? Guck mal, das bin ich, als ich andere Klamotten anhatte. Ich weiß, passiert sehr, sehr selten. Deswegen habe ich es mir gemerkt. Sei brav und mach auf. Drinnen ist es gefährlich. Aber die Frage ist, was ist jetzt drinnen und was draußen? Sie ist hier drinnen. Okay, sie hat die Tür verschweißt. Ganz allein. Star Wars Vibes. Aber wahrscheinlich gibt es sowas wirklich, womit man die Türen aufschweißen kann, oder? Ich meine, wenn man sie einschweißen kann. Wenn die Türen schwitzen. Und das da ist eine Riesen-Mitochondrie oder sowas. So ähnlich sah es ja bei Eve, glaube ich, auch aus. Oh! Guck mal, die detaillierten Gesichtsanimationen, Alter. Oh nein! Stealth. Schon wieder dieses Kind. Schon wieder so eine Szene, wo sie atmen, aber ansonsten keinerlei Synchro bieten, ne? Da habe ich doch spontan die Storytür erwischt. Ja, ich habe es nicht gesagt, ne? Ich habe es nur gedacht. Ja, deswegen ist der Shit auch da, weil potenziell gleich ein Bosskampf passieren könnte. Aber man weiß ja auch nie so wirklich... Es könnte ja genau diese Brandspur genau wie im Traum, das ist wohl kein Zufall. Alter, wenn sie mich jetzt wieder eingesperrt hätte, ne? Ne, ne, ne. Ja, dann gehe ich halt erst mal den anderen Weg. Während der Desinfektion werden die Türen verriegelt, das nenne ich konsequent. Ja, macht man ja auch, oder? Die Anlage ist sowieso außer Betrieb. Habe mal keine Schüsse hier. Kein Schüsschen. Achtung, versorchtes Material in diesem Raum entsorgen. Ja, ja. Also, man hat mich auch schon mal netter beleidigt, aber hey. Ist okay, ich verzeih euch. So, dann... Ja, hier nachgucken, oder? Ist das... Ich habe schon eine dieser Tiefgarage abge... Ja, seht ihr? Seht ihr das? Oh, Mann. Immersion, Immersion, warum nehmt ihr mir sie ständig weg? Ständig weg? Ah, ne, danke. Gut. Es könnten auch einfach Räume mit Inhalten sein, so Gegner und Gegenstände. So, was haben wir da? Okay, da werden wieder... Ach, das sind Flubblebobbles. Kannst du den anderen Flubblebobble auch? Ne, der sieht schlecht aus. Oh, der greift schon direkt an. Oder? Ne, doch nicht. Dachte. So, okay, dann habe ich noch... ...die beiden. Oh, ich bin paralysiert, oder sowas? Ja, paralysiert. Verstehe den Effekt nicht hundertprozentig. Sie hat mitten beim Schießen einfach aufgehört. Ja, sie hat halt da nicht viel Kraft, ne? Okay, ja, das passt, aber das passt. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt einfach neuer Raum. Verstehe ich nicht, dass die den anderen Flubblebobble nicht penetriert hat, warum ich das machen musste. Mal gucken, was er hergibt. Gib mir dein Pausengeld. Oh nein! Ja, ich habe es direkt gesehen. Flubblebobbles. Stürm! Ah, das ist schön. Ist immer sehr befriedigend, aber... Oh nein! Oh, fuck! Okay. Aber die greifen... ...nur an... ...wenn sie sich bedroht fühlen, ne? Irgendwie. Oh nein! Das trifft nicht. Ja gut, macht irgendwie... Äh... Ne. Ja, ja. Ne, 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 ne. Ach. Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Also warte ich, bis es weg ist. Stummzauber ist es nicht. Verwirrt. Paralyse sah von anders aus, oder? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt ist es weg. Ähm... Genau. Wow. Was? Warum schießt sie auf einmal? Komisch. Braucht ihr so lange zum Nachladen? Uuuuuh, ich hätte warten sollen. Egal, geschafft. So. Es ist wirklich immer so ein befriedigendes Gefühl, wenn du merkst, der Kampf ist vorbei. Sie lädt nach. Alles gut. Was ist das für ein Apparat? Keine Ahnung. Drück drauf. Guck, was passiert. Hinter dem Glas hängen große Leichen in Schutzwesten. Ja, die wollten, dass sie nicht im Tod irgendwie schnupfen kriegen. Ah. So ist das. Man sorgt sich also doch noch nach dem Tod. Ich dachte, die schänden einfach meine Gräber. Naja gut, die sind ja auch nicht wirklich in Gräbern. Ach, da geht es halt ja dann auch dementsprechend gar nicht weiter, ne? Puh, zumindest momentan. Na gut, dann war es das mit diesem Raum. Ja, ist halt ein Bunker. Also da gibt es ja auch nicht viele Regale oder so. Also nicht viel, was man verpassen könnte. Eine fette Tür noch dazu. Verriegelt. Verriegelt, ja. Sie wurde nicht automatisch auf, wenn du es zweimal sagst. Aber sie wollte nochmal betonen, so wie Josh damals bei Dragon Josh, diese Tür ist verriegelt. Verriegelt! Gut, jetzt habt ihr nicht gesehen, wie ich meinen Kopf hysterisch nach oben und unten bewegt habe. Aber, ne? Wer es kennt, der kennt es. Und alle anderen, tja, die kennen es nicht. Man glaubt es kaum. Ihr dachtet jetzt auch, da steckt ein Witz dahinter, ne? Ne, ne, ne. Der Witz war, dass es keinen Witz gab. Waffenkammer. Oh, uh, RPG, Gatling Gun, TNT. Oder Spielzeug, Cornflakespackung, was ist das? Zwei zum Preis von einem. Nichts. Da, kein Strom für den Monitor. Da ist ein Monitor. Echt? Im Bücherregal sind nur Waffenkataloge. Keine Zeit für sowas. Ja, sie kennen sich schon aus, alles schon durchgelesen. So sieht ihr Sonntagnachmittag aus. Schön am Kamin. Oh, diese Waffe, die hat ja drei, äh, Zusatzteile und so. Das Gerät sieht aus wie unser MITF-Automat. Bei uns können wir mit BPs Waffen kaufen. Ah, welcome to BP Armory. Achso, da steht es noch. Danke. Der Monitor hat eher auf meinen BP-Zähler reagiert. Krass. Wie kann das sein? Kann ich hier einkaufen? Hm, der scheint richtig zu funktionieren. Ich kann in meinen BPs eintauschen. Hoffentlich verarscht er mich nicht. Nicht, dass die Preise unnötig hoch sind. So, haben wir hier neue Waffen? Äh, das kennen wir, das kennen wir im Nahen. Hammer, das ist neu. Eine, ähm... Eine Million zweihunderttausend Volt Stun Gun, Bauteil für die... Es ist ein Bauteil. Mhm. Was auch immer das bedeutet. Stun Gun. Also so richtig so... Bufff, bufff, oder? Verstehe ich das falsch. Würde mich schon interessieren. Ist natürlich auch dementsprechend sehr, sehr teuer. Was sagt meine Munition? Meine Munition sagt nicht viel. Ist aber okay, weil irgendwo gab es ja, glaube ich, eine Kiste. Aber, Moment, wo war denn das? War das... Ich glaube, das war noch... Ist egal. Zu Not laufe ich 30.000, äh, Kilometer zurück. Das war irgendwo in den Minen. Bugshot ist okay. Rifle, Granaten... Da kann ich mich nicht beklagen. Ich würde tatsächlich... Tatsächlich... Oh, hier, guck mal. Gepanzerte Nahkampfrüstung. Der Helm beugt Stummheit vor. Aber es ist auch wahrscheinlich dafür, dass du taub wusst. Nee, Moment. Stummheit. Stummheit... Ja, nee, nee. Stummheit ist nicht Taubheit. Das macht schon Sinn, was ich gesagt habe. Ich habe gerade so überlegt. Nee, äh, Motion Detector. Okay, das ist ein eingebauter GPS oder sowas. Ähm, 40 HP im Sinne von... Ja, klar. Also nicht nach dem Kampf, oder? Ich bin mir immer nicht sicher, wenn da steht MP plus 10. Ob ich die nach dem Kampf kriege? Nee, ne. Das ist... Das ist dann einfach... Das habe ich zusätzlich. Sonst müsste da ja MP Regeneration stehen oder so. Fünf Attachments. ABC Schutzanzug. Bietet Schutz vor ABC-Waffen. Aber was ist mit D, E und F? Sehr leichtgewichtig. Hat natürlich noch mehr Tashi-Lainis. 20 und 20 MP. Resist Gift, Resist Paralyse an. Da unten steht es ja nochmal. Anti Starre. Psycho-Anzug. Anti-Neo-Metrochondrien-Anzug. Zeigt den Zustand des Gegners an. Was für ein Zustand. Was meint er damit? Also, äh, ist ja betrunken, depressiv, ledig. Huhu, sehr viel Mana. Das gefällt mir. Hat aber natürlich weniger Taschen. Gegner HP. Ach so, die HP. Das ist geil. Ja. Anti-Confusion. Aber man kann sich das dann mittlerweile so zusammenreiben. Solange kann ein neun Gegner kommen. Aber das ist halt so geil, ne. Du, du kannst dir, weil, die Gegner respawnen ja nicht. Du musst dich dann für einen Spielstil entscheiden. Das ist schon cool. Das ist richtig cool. Wenn du denn das Geld hast. Wenn ich mich entscheiden müsste. Das ist halt Rambo-Style. Okay. Das ist ja, du hast ja auch ein Radar und so weiter. Das ist mehr so... Das ist irgendwie so ein Allrounder. Und das ist mehr so... Das ist halt schon die Magierkutte. Kann man schon so sagen, ja. Du kannst die Gegner analysieren. Du wirst nicht verwirrt. Du hast viel Mana und so weiter. Das würde ich mir am ehesten... Jetzt ist er auch ironischerweise am teuersten, ja. Das ist so... Das... Ich bin das Vibe nur im Spiel, okay. So im Real Life sind mir Klamotten ja egal. Aber hier, dann muss natürlich das Teuerste, ja. Aber vorher kaufen wir mal einmal Medizin. Und einmal MP-Wasser. Damit ich mich schon mal heilen kann. Und Flair, das ist jetzt natürlich auch geil, dass ich mir das hier kaufen kann. So, da gehen wir mal raus. Ja, bei der Mana hätte ich es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber einfach mal... Spontan aufheilen. Benutzen. Benutzen. Das hat mich noch nicht mehr komplett geil. Danke, danke, danke. Äh... Ja, tatsächlich. Ich heile, ich zauber am liebsten. Ich meine, wie viel habe ich denn? Guck mal, ich habe 53. Mit dieser Kackjacke habe ich das Doppelte. Holy fucking shit. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, wie das mit meinen Attachments ist. Hier habe ich ja... Sturmjacke, da habe ich... Ja gut, da habe ich auch schon eine Szene, ne? Sechs. Sechs habe ich hier. Sechs mal die sechs, sechs mal die sechs. Hier habe ich... Ja, shit, hier habe ich vier. Ach, ja, aber ich brauche auch gerade nicht alle Slots, glaube ich, ne? Von daher, das würde ich mir tatsächlich kaufen wollen. MP5. Boah, das ist... Das ist schon geil. Und die HP wurde mir auch noch angezeigt. Das nehme ich. Komm, zack, bumm. Äh, genau. Hier, ja, das wäre natürlich auch geil gewesen. Dieses, wo ist es? Ich sehe es nicht. Der Hammer. Ja. Aber wer weiß, ob das wirklich so... Ja, immer man kennt es, man sieht es in der Werbung und wenn man es dann kauft, dann ist es aus Pappe oder so. Also von daher... Ja, nee. So, ähm... Die Frage ist jetzt natürlich, wie das wieder mit meinen Attachments ist, weil ich habe ja keinen Platz. Ja, dann... Ach, was sagt die Folge? Wie lange überziehe ich? Ich überziehe noch nicht, oder? Ja, nee, das passt. Leute, ich würde mal sagen, das war es für das Let's Play Paracetive 2 in der nächsten Folge. Uff. Ähm... Ja, doch, ich denke, das wird darauf hinauslaufen, dass wir natürlich klar einerseits zur Box gehen, andererseits... T... B steht für Boxi... Boxi, 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 Boxi... Ich würde sagen, dass da... Die scheiß Kiste war... Armory... Armory... In diesem Sinne... In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal. See ya. Das geht nicht mal. Da... Hier.